vier von zwölf man merkt auch er tut sich schwer runter zu klettern ist wohl nicht so gewollt hallo fallen lassen waren die tempelritter so heftig echt waren die so stark es hat eine zeit lang gedauert bis ich die da wie heißt es diese kombi diese combo fährt parieren und töten sozusagen drauf hatte also muss richtig den zeitpunkt abpassen aber als ich das hat was ich das mal raus hatte ging das eigentlich wie von selbst das war dann durchaus in ordnung das sieht auch aus wie ein tempelritter würde ich sagen soll ich mir direkt mit schnappen den schnapp ich mir direkt mit absteigen du bist fällig und du weißt es nur noch nicht ich dachte er will weitermachen der will wieder aufsteigen ruf aufs pferd und los geht er steigt doch ab mensch ich sag ja wenn wir da gerade vorbeikommen dann sammeln wir die auch ein und töten auch die templar und so na los geht auch auf da und jetzt wieder der fade out ja ich muss gegen sie kämpfen muss doch gegen sie kämpfen das ist doch unfühl ach was du weißt doch nichts ist wahr alles ist erlaubt oder wie war das na so hieß das doch bei denen das credo nein das motto von denen geil aber das sieht doch schön aus oder ich meine so für ich glaube 2006 wo das wo das entwickelt und auch veröffentlicht für 2006 14 jahre her sieht das richtig gut aus kann man absolut überhaupt nichts dran rütteln aber bei assassin's creed keine sorge bei assassin's creed habe ich eigentlich immer so das prinzip gehabt anfangs halte ich mich ein bisschen zurück bis ich mich bis gewiss gewisses maß abgelevelt habe und dann schleiche ich eigentlich auch größtenteils nicht mehr es sei denn das ist wirklich erforderlich und dann gehe ich halt hin und gehe auch ganz offen auf die zu und greift die an aber direkt so am anfang da fehlen mir doch ein paar lebenspünktchen ne angeber Zack, jetzt hat er eine ordentliche Rasur bekommen. Befreit, ein NPC zu sprechen. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Sehr schön. Um zwischen ihnen unterzutauchen. Suchen sie auf dem GPS nach deren Symbol, das machen wir doch. Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Interessiert ihr euch vielleicht hierfür? Nein, ich habe aber noch viel, viel mehr. Ein Gelehrter mit einem Schwert und einer Armschiene. Genau. So komme ich zumindest gut in die Stadt rein. Ohne jeden einzelnen niederstrecken zu müssen. Und schon bin ich in der Town. Mahlzeit. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, hier ist auch noch ein Aussichtspunkt. Das ist doch mal schön. Gucken wir mal. Ich habe doch nicht falsches getan. Warum tut ihr das? Braucht ihr etwas? Ich brauche Hilfe! Binde! Angeber. Stirb, Ungläubiger! Wow! Ohne allein! Danke. Ich habe das Schwert nicht gefunden. Wie er zuckt. Ich habe das Schwert nicht mehr gefunden. Das Kurzschwert ist am besten geeignet. Schnell. Ach ja, ja, dann komm her, Leute. Dann gehe ich noch mal mit euch rein. Zack. So. Er hat das scheiß Schwert nicht gefunden auf der Tastatur. Ohne. Ich glaube, als ich das erste Mal das gespielt habe, bin ich da auch reingekommen, indem ich mich da einfach durchgekriege. Weil über die Mauer kommst du so nicht. Böse Tastatur. Versteckt mein Schwert. Ja, aber hallo. Das ist ein Reklamationsgrund. Ich muss den Hersteller verklagen. Ja, ich wollte so den ersten wegmeucheln mit der versteckten Klinge und die anderen dann mit dem Schwert einmal bearbeiten. Weil die gehen ja wieder hin und misshandeln da den armen, weiß gekleideten Typi. Ah. Drei. Eins. Eins. Vier. Die Herr ist mit uns, heute Mann. Wir sind ein leiser Mann, deshalb traut ihr ja auch bei mir. Ich habe doch nichts Falsches getan. Ich brauche Hilfe, bitte. wenig jetzt einmal ja mario schmeiße ich das natur bald weg ja ich werde mal morgen oder nach heute abend noch probieren ob ich mal den controller angeschlossen kriege und dann noch mal aus ausprobieren ich wünschte meine söhne wären nur halb so tapfer wie ihr ich werde ihnen diese geschichte erzählen damit sie wissen wie sich ein wahrer held benimmt so sieht es aus oder und ist ein banner das kann ich direkt mitnehmen so hätte ich das auch hoch da zack sehr gut da kommt runter da darauf wollte ich da ist auch noch ein banner oh mein gott jetzt haben jetzt sammle ich ja trotzdem die ganzen sachen ein naja gut wir kämpfen um unsere spiele existenz ja wir kämpfen ich kämpfe auch hoch da direkt mal hier für ein bisschen einen schönen ausblick sorgen zack das ps4 gamepad müsste sich ja eigentlich direkt anschließen lassen auch mit der kabel das ist klar würde mich mal interessieren ob dann auch die steuerung funktioniert weil ich meine gelesen zu haben bei assassin's creed 1 wäre maximalen xbox gamepad wohl unterstützt aber warten wir mal soll ich es wagen soll ich soll ich soll ich soll ich soll ich soll ich ja mit leichen können sie ihre gegner ablenken ohne worte aber so komme ich auch runter zumindest und nicht wie bei odyssey das nicht wie bei odyssey wo man erstmal drei stunden warten muss bis geladen ist hoch da hoch da hoch da hoch da nö ich will jetzt kein taschendiebstamm machen ich gehe jetzt mal ins büro ins assassinenbüro und hoch da 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 Was bringt Ihnen dazu, dass Sie zu tun? Runter! Ich werde dir die Hände abschlagen! Hin fort! Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Geht weg! Was habe ich getan? Angeber! Wer war ihr denn? Was ist das? Lauf! Ihr könnt nicht fliegen! Hilfe! 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 Schein! Freitur! Ach hier! So! Sehr gerne! Das ist doch nett! Partisanen helfen Ihnen, indem sie ihre Verfolger abblocken. Suchen Sie auf den GPS nach deren Symbol. Okay. So! Jetzt suche ich mal das Assassinenbüro auf. Da kommt er nicht durch. Da ist er zu fett. So. Okay. Okay. Wo war es denn? Ach hier ist noch ein Türmchen. Nehmen wir mal ein Türmchen. Ja, die Ladezeiten sind ja echt schlimm geworden. Als wenn die das ganze Spiel neu reinladen, ne? Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Und als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Also ich komme hier nur von den Türmen runter, wenn ich sterbe. Andere Möglichkeit besteht gar nicht. Und als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Und als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Und als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Also zog Tamir ab, Trenz den Norden und sorgte sich, was aus seinen Vorräten wäre. Und als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Und als Tamirs Karavane nach der Türmchen schließt auch den Führer der Sarazenen und seine dachende Männer. Und das ist halt zu unfähig. Ach stimmt, das war hier. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das geben. So. Juden Tag. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fängt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass er die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Passar nordöstlich von hier, die Madrassa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja. Kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Alter ihr. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen. Seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut. Dann geht. Okay. Gut. Dann können wir ja los. Och Gott. Zack. So. So. Stirb, Dieb. Hilf mir. So hilft mir, doch jemand. Hilfe. Bitte. Haltet euch fern von mir. Gottloser Heide. Oh, super. Oh. 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 Ich kann nur hier. Er ist hier. Zack. Bitte. Du tut doch etwas. Stirb, Dieb. Ich gebe auf. Stirb, Dieb. Lass mich gehen. So. Map, wo gehen wir denn hin? Lass uns mal gucken. So. Wir sind hier. Bürger retten, Bürger retten. Wir müssen irgendwo in welche Richtung? Wo sind wir denn reingekommen? Ich habe den meisten Leuten geholfen. Ja. Ja, das mache ich schon. Mal gucken. Ah, retten wir ihn doch. Komm her. Ja. Hey, ja, ich komme ja. Dieb, elender Lumpen. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. So. Was hast du euch getan? Stirb, Dieb. Stirb, Dieb. Stirb, Dieb. Hilf mir. Du hilf mir doch jemand. Dieb, elender Lumpen. Lass mich gehen. Ich habe nichts verbrochen. Inhoch. Reiß dich gar tief. Ich werde dir die Hände ausklagen. Haus habe ich nicht haben. Aus dem Weg. Blatt. Stimmt, Unglaubiger. Ihr gehört hier. Lass uns nicht. Lass uns nicht. Lass uns nicht. Stimmt. 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 Also man merkt schon, wie grob das Kampfsystem ist, in der Richtung. Man merkt es schon, im Verhältnis zu aktuell. Auf ernsthaft. Auf ernsthaft. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Na, das ist doch was. Wer hat das getan? Ich nicht. Ich verstecke ihn hier. Ihr Leben ist verwirrt. Stimmt, Ungläubiger. Aus dem Weg. Ach Gottchen. Na, da komme ich auch nicht durch. Vielleicht weißt du auch nicht, aber deine Niederlage ist besiegelnd. Nicht so lange du noch kannst. Es geht. Nicht so lange du nicht. Ich weiß, es geht. Ich bin der Niederlage. Geht euch eben. grobe steuerung hakelige kämpfe ungenaue bewegungen aber so ist das mit so einem alten spiel ja das heißt alte 14 jahre wir kämpfen um unsere schiere existenz da ist noch ein türmchen ist das ein blödes ding na los hoch da so kreuzfahrer die kreuzfahrer müssen besiegt werden na gut wenn er meint wenn er meint zack und dann sind wir oben so sollen wir es wieder wagen wetten werden angenommen ob ich heilhunden ankomme kreuzfahrer Ok wuufff wuuuufff wuuhu wuuuufff und da da ja das wann wird er mit dem unsinn auf Und mal eben auf die Bank setzen. Schauen wir mal eben hier nach. Was müssen wir denn noch hier tun? Das ist aber ein richtiges Spielerlebnis. Das hat er auf der Xbox 360 und es war atemberaubend. Aha. Das ist auch ein tolles Spiel, aber ich breche mir hier richtig einen ab. Und beim Sturz in den Heuhaufen sterbe ich fast jedes Mal. So, was ist das jetzt hier? Ach, das ist Gelehrte. Taschendiebstahl, belauschen. Belauschen, das kann ich doch machen. Aber wen muss ich belauschen? Ist egal. So, ähm... Das Assassinenbüro. Bürger retten. Ja, ich könnte noch ein paar Aussichtstürme hier aufdecken. Ja, PSP war Mist. Auch von der PS Vita, der, ähm... Das Liberation oder wie das hieß, ne? Totale Grütze. Also richtig mies umgesetzt. Was stimmt denn nicht mit ihm? Was stimmt denn nicht mit ihm? Zeig dir gleich, was ihm ihm bestimmt. Ach, da ist ja das Türmchen. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin, Mensch. Wenn ich euch helfe, egal wie. So. 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 Ihr wart es in meinem Weisheit zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten. Lass mich gehen. Ich habe nichts verbrochen. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Lass mich gehen, ich habe nichts verbrochen. Ja, ich helfe ja gleich. Gib mir eine Chance. So. Das Türmchen auch. Mal ein bisschen Aufklärung gesorgt hier. Okay. Na, schaffe ich's? Tot. Ich habe extra den Pavillon.